Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Aus... Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgefahr von Nicht-der-Weisheit-Letzter-Schluss. Dieses Mal geht es um die spannende Frage, ob man Kari Plasma unter Linux Mint 22.x installieren kann und das Ganze ohne zusätzliche Paketquellen, sondern das, was das Ubuntu, worauf Linux Mint ja basiert, schon mitbringt oder ob uns das ganze Linux Mint durch so eine Installationsaktion komplett auseinanderfällt. Die erste Methode, die ich mir so überlegt habe, um KDE zu installieren, ist TaskCell. Das ist eigentlich so ein kleines Programm, um unter Debian auswählen zu können, welches Profil man haben möchte. Das gibt sowas für Laptops, für Web-Server, für SSH oder auch für verschiedene Desktop-Umgebungen. Üblicherweise wird man beim Installieren über so ein Debian-Installationsmedium dann gefragt, an einem bestimmten Punkt, wie sollen wir das ganze System denn einrichten und dann macht man an den Punkten so ein Häkchen und sagt, das möchte ich haben, das, das und das. Das kann man eben über das TaskCell auch machen. Das ist dasselbe nochmal auf der Kommandozeile und das ist üblicherweise bei Linux Mint nicht mit dabei, denn man bekommt dort das Installationsmedium in der Variante Cinnamon, XFCE oder Mate und es gibt gar keine Auswahlmöglichkeit, sodass man sagen könnte, mit dem Medium möchte ich jetzt aber noch einen anderen Desktop installieren. Das heißt allerdings nicht, dass man nicht TaskCell einfach mal nachinstalliert und mal guckt, ob man das darüber machen kann und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Als erstes installieren wir jetzt mal TaskCell und das Ganze machen wir hier auf einer Konsole. Also ich habe hier so ein Linux Mint 22 XFCE-Version und über sudo-i hole ich mir erstmal rootrechte und jetzt installieren wir mal TaskCell und gucken, was dann passiert. Der nächste Punkt wäre dann zu gucken, was es überhaupt so auswahlmäßig gibt, also welche Paketgruppenzusammenstellungen es gibt. Das geht dann hier rüber und ist auch schon installiert, das TaskCell und da haben wir die verschiedenen Profile bei, unter anderem hier KDE Desktop. Das würde ich jetzt einfach mal nehmen und über TaskCell installen einfach mal die Installation anschmeißen und mal gucken, was da passiert. Ja. Es lädt jetzt erstmal haufenweise Pakete runter und irgendwann ist es wahrscheinlich durch und dann schauen wir weiter. Da haben wir jetzt so eine Information bekommen, dass der SDDM, also das Programm, mit dem man sich anmeldet, ja, dafür zuständig ist, dass man sich dort anmelden kann. Also eine Information, die uns jetzt gerade auffällt. Also ich kann auch bloß OK auswählen, drücke dann Enter, wenn ich das Fenster ausgewählt habe. Genau, und jetzt kann ich auswählen, welchen ich haben möchte. Ich glaube, KDE und SDDM spielen besser zusammen als der Light DM. Wahrscheinlich geht es auch umgekehrt, aber ich nehme den einfach jetzt mal, denn der SDDM ist ja als Abhängigkeit mitgekommen, wird wahrscheinlich einen Grund haben, warum das so ist. Also nehmen wir den erstmal. Nach einiger Zeit ist es dennoch durchgelaufen. Sieht jedenfalls erstmal so aus. Mal gucken, was passiert, wenn wir uns jetzt einmal abmelden und gleich wieder anmelden. Mal gucken. Das sieht jetzt erstmal nicht danach raus, dass wir jetzt den SDDM dort hätten, aber wir haben hier Plasma X11 als Neu-Umgebung und na, also das sieht schon mal nach KDE aus. Also es lädt noch, ihr seht das nicht, aber ich sehe diese virtuelle Festplattenlampe blinken. Von daher tut sich da auch noch was. Ja, ja. Das sieht jetzt erstmal nach so einem KDE aus. So, mal gucken, ob wir das hier unter Systemeinstellungen sehen können, was wir überhaupt dort haben. Also, über dieses System. Und dann haben wir hier ein KDE Plasma 5.27.11 und das Framework in der Version, Qt in der. Also das, was man so in dem Ubuntu-Teil, auf dem das Ganze basiert, auch mitbekommt. Also das sieht erstmal jetzt gar nicht so verkehrt aus und Discover diese Paketverwaltung. Mal gucken, was die jetzt macht. Denn die, hatte ich ja schon gesagt, es gibt Aktualisierungen. So, und da unten, Aktualisierungen werden geholt. Genau, und da können wir jetzt die Aktualisierung anwerfen. Das sieht auf den ersten Blick irgendwie ganz funktional aus. Also prinzipiell hätte es auch kein Problem sein dürfen, dass man das so macht, denn das Linux Mint basiert auf dem Ubuntu und dort kann man es ja installieren. Stichwort Kubuntu gibt es ja als fertige Distribution direkt zum Installieren. Aber man kann natürlich auch die KDE-Pakete nachinstallieren. Von daher hätte es eigentlich kein großes Problem sein dürfen. Aber in der Realität sind ja manchmal Dinge denn anders, als man sie so denkt, was sie sein müssten. Ich hätte jetzt noch, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, als weitere Methode, als Plan B vorgesehen, dass man das Ganze über ein Metapaket installiert. Also ein Paket, was selbst keine Daten mitbringt, sondern bloß Abhängigkeiten zu anderen Paketen hat. Und wenn man das installiert, kann man zum Beispiel einen kompletten KDE-Desktop installieren. Da hätte ich einfach mal geguckt, ob man das hier so machen kann, indem man das mal rausfindet, ob man jetzt hier das Paket überhaupt findet, also ob es so ein Metapaket überhaupt gibt. Einfach mal mehr oder weniger geraten mit den Stichworten. Da müsste KDE drin vorkommen und Plasma. Und dort hätte es Mobile. Ja gut, das brauchen wir nicht. Das habe ich für dieses Video zu dem Tablet genommen. Also das Mobile habe ich genommen. Aber hier gibt es Plasma Desktop. Das installiert wahrscheinlich auch so eine Desktop-Umgebung. Und wenn wir jetzt mal gucken über dpkg-get-selections und ob wir das Paket installiert haben. Also das wird durch Task-Sale auch mit installiert. Und hier KDE Plasma Desktop, das dürfte auch so dieses Metapaket sein, wo wirklich alles Mögliche mit dabei ist. Ja, also mehr oder weniger, Task-Sale hat uns das abgenommen, das nachzugucken, geht auch. Und danach hätte man jetzt einfach hier dieses Metapaket oder die beiden Metapakete genommen, über apt-get-install installiert und den Namen von den Metapaketen eingetragen. KDE oder nicht KDE? Also ganz eindeutig, es hat funktioniert. Wir haben hinterher keinen Scherbenhaufen. Das kann man wirklich machen. Ihr müsstet, wenn ihr das ausprobieren wollt, natürlich im Langzeittest mal gucken, ob das wirklich so rund läuft. Aber erstmal sehe ich so keine Schwierigkeiten. Das war es dann noch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen oder jedenfalls ein paar Erkenntnisse gebracht, dass man sowas auch wirklich machen kann. Ein KDE auf Linux Mint zu betreiben, scheint erstmal so kein Problem zu sein. Von daher macht es gerne nach, lasst es bleiben, aber natürlich gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.